Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Am Freitag war ein Entwickler-Livestream, der ganze 2 Stunden, fast 2 Stunden ging und richtig viele coole Infos beinhaltet hat. Ihr müsst euch jetzt keine 2 Stunden angucken, ich fasse das für euch einmal ganz kurz zusammen, was da drin gesagt wurde. Es wurde ein bisschen was zu Season gesagt, es wurde zu Patches was gesagt und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Vor Season 1 sollen 2 Patches kommen, das heißt jetzt imnächst, ich denke mal nächste Woche, übernächste Woche soll der erste Patch kommen, die sind gerade noch am testen. Und mit der ersten Season, Mitte Juli, Mitte Ende Juli soll nochmal ein Patch kommen. Wir haben auch gesagt, dass dir natürlich bewusst ist, dass dir sehr viel genervt haben und mit den Patches sollen dann auch endlich mal Buffs kommen. Es ist wohl sehr viel einfacher zu nerven als zu buffen, deswegen werden die Nerves wohl in Hotfixes gemacht und die Buffs mit einem Patch und da muss richtig viel getestet werden. Das soll auf jeden Fall noch vor der ersten Season kommen, sollen Sachen gebufft werden. Darunter zum Beispiel die Altraum-Dungeons, die, die ich aktuell mit der Commute die ganze Zeit laufe, sollen mehr Erfahrung bekommen. Das finde ich sehr gut, bislang hat es ja schon mehr Erfahrung gegeben, je nachdem wie viele Level die Gegner über eurem eigenen waren. Aber grundsätzlich sollen die mehr Erfahrung geben als ein normales Dungeon, das macht natürlich Sinn. Und das finde ich sehr nice, wenn ihr jetzt ein Siegel einsetzt, dann solltet ihr direkt zum Dungeon hingeportet werden. Das war natürlich immer sehr nervig, zu den Dungeons immer hinzulaufen, beziehungsweise ist immer noch sehr nervig, wir haben den Patch ja noch nicht. Deswegen aktuell, wir machen es immer so, dass wir uns drei, vier Mal das gleiche Siegel besorgen und dann einfach immer den gleichen laufen. Und so kann man immer wieder zurück dahin porten. Aber ja, wenn man jetzt immer in unterschiedliche Dungeons geht, muss man bislang immer dahin laufen. Das wird in Zukunft nicht mehr so sein und dann werden wir zum Dungeon direkt hingeportet, finde ich sehr nice. Außerdem sollen Edelsteine demnächst nicht mehr in eurem Beutel gelagert werden, sondern außerhalb, so wie zum Beispiel die ganzen anderen Materialien. Es wird keinen extra Beutel geben, wo man Edelsteine reinpackt, sondern die sollen dann irgendwie so gelagert werden, wie Siegelpulver zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das auch bedeutet, dass man die dann nicht mehr in der Truhe hat, sondern quasi nur noch in diesem Sonderbeutel, wo man quasi ja nichts rausholen kann und nichts organisieren kann. Wird spannend sein, Hauptsache die Edelsteine kommen raus aus dem Beutel, nehme ich immer übel viel Platz weg. Ich sammle die Dinger schon gar nicht mehr auf, weil ich sammle lieber ein legendäres Item auf, als irgendwie so den 25.000. Edelstein. Außerdem, da wird sich der ein oder andere von euch freuen, schönen Grüße an Basti, der Druide soll gefixt werden. Der Druide bekommt ja aktuell Jobs vom Barbaren, warum auch immer. Das Ganze soll gepatcht werden, nein, soll sogar gehot-fixt werden, bevor der erste Patch kommt. Also lieber früher als spät, mein Druide, ihr seht, wartet auch darauf. Ich bin bereit, mit dem Druiden durchzustarten. Das mit dem Bug, das nervt ganz schön, wenn man dann die ganze Zeit Barbaren-Items bekommt, obwohl man natürlich die Druiden-Items haben möchte. Außerdem wurden Informationen zur ersten Season gedroppt. Informationen, die wir bislang nicht hatten und die auch schon ich gefragt wurde. Unter anderem, was ist mit den Lilith-Statuen? Es wird so sein, die Lilith-Statuen müsst ihr nicht nochmal einsammeln. Das heißt, wenn ihr auf eurem Main-Account die Lilith-Statuen schon habt, obwohl, das weiß ich jetzt nicht, das wurde nicht genau gesagt, ob ihr die schon haben musstet oder ob die generell da sind. Das wird spannend sein. Auf jeden Fall müsst ihr keine Lilith-Statuen sammeln. Und auch die Karte wird komplett aufgebreitet sein. Also ihr habt keinen Nebel, den ihr erstmal wegmachen müsst. Aber das Ansehen wird nicht so weit reichen, dass ihr die Paragon-Punkte bekommt. Der ganze Livestream, die haben sich am Ende auch selber entschuldigt, war ein bisschen schwammig und nicht so eindeutig. Deswegen ist es ein bisschen vage, was sie da gesagt haben. Aber Fakt ist, die Karte ist aufgebreit, ist sichtbar, kein Fock, also kein Nebel und keine Lilith-Statuen, die wir sammeln müssen. Einerseits gut, andererseits hätte ich gerne gewusst, ob ich dann die Punkte für die Lilith-Statuen bekomme und ob wir das Ansehen bekommen. Aber das werden wir dann wahrscheinlich in der Season sehen. Ganz klar war auch nicht, ob die Teleport-Punkte damit dann auch schon direkt verfügbar sind und ob das dann alle verfügbar sind oder nur die aus der Hauptstadt, wie wenn ihr einen neuen Charakter macht, obwohl ihr die Hauptmission schon durch habt. Wie gesagt, das war alles ein bisschen schwammig, deswegen da müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis die Season dann wirklich da ist, ob die Teleport-Punkte wirklich alle da sind. Das wäre mir aber jetzt ehrlich gesagt egal. Man hat eh das Pferd und dann kann man die ganz schnell einmal abrennen. Ist zwar doof, aber ist einmal Fleißarbeit und dann ist man damit durch. Das waren so die größten Themen, die die dort erzählt haben. Da gab es natürlich so ein bisschen Nebenshowplätze, ein paar Kleinigkeiten, unter anderem, dass der riesige, große Großteil der Spieler noch gar nicht mit der Kampagne durch ist und deswegen quasi die Nerves in den Dungeons mit den Elite-Gegnern, da wurden ja zum Beispiel die Ruinen von Eridur angepasst, dass das wohl nicht so viele Spieler betrifft, weil die meisten Spieler wohl noch in der Kampagne unterwegs sind. Ich weiß das auch bei mir aus dem Stream, da würde ich sagen, ist so 50-50, 50% ist durch, so wie ich und 50% sind gerade noch in der Kampagne unterwegs. Ich denke, das kommt auch ein bisschen drauf an, wie viel Zeit jeder hat und jetzt fangen ja die Ferien an, da werden nach und nach die ganzen Leute auch durchkommen. Ja, und was gesagt wurde, dass es ja aktuell so ist, wenn ihr in einem Team seid und ihr wollt euch zu eurem Kollegen porten, dann müsst ihr erst zurück in die Hauptstadt und dort dann in das Portal von eurem Kollegen und dann zu ihm zu kommen, müsst ihr also zweimal porten. Das wurde auch angesprochen, das soll so beibehalten werden. Es gibt keine Pläne, das zu ändern. Sie haben aber auch nicht ausgeschlossen, dass es eventuell irgendwann geändert wird. Also, es bleibt spannend. Das waren so Kleinigkeiten, deswegen habe ich das jetzt nicht. Wollte ich das eigentlich gar nicht gewählen, aber ja, da gab es noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber echt nicht der Rede. Das waren so die Hauptthemen. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt von Diablo, dann gerne ein Follow da lassen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und schaut gerne mal auf Twitch vorbei, da bin ich aktuell jeden Tag live und versuche, den Dude hier auf Level 100 zu bringen. Wir sind jetzt Level 91. Ich hoffe, dass ich es so bis Mitte, Ende nächster Woche schaffe und dann endlich in den Hardcore-Modus gehen kann. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.